Ja, wir werden das hier mal testen. Cool. Ich kann mehrere an die dranhängen. Die Waffe ist ja gut. Und du? Oh, du musst hier lang. Jo, fetter Scheiß. Alles bricht. Hier spielt langsam alles verrückt. Du musst noch durch fünf höllische Schlafwerke nach oben. Ich hoffe, du schaffst es. Es wird nicht leicht. Oh. Ey, ich steck fest. Der Aufzug, wenn ich höre. Ja. Sie hat recht. Es ist höllisch. Ah, viel besser. Zu diesem Zeitpunkt solltest du den Hauptkern sehen, Dante. Du musst irgendwie in ihn einbrechen. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Okay. Ah, interessant, aber schön, dass die da Bilder reinmachen. Oh, nein, 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 nein. Hmm, gibt's mir auch ein Zack. so nicht der schon wieder fick dich doch das ist aber ein spezieller der hat einen eigenen namen ein unique monster so Hm? Ich bin jetzt gerade eine Flasche auf den Boden gefallen. Ich bin mich krass erschrocken. Wie konnte er mich denn da erwischen? Endlich. Das hat mir aber ordentlich Leben gekostet hier. What the fuck? Und schon bin ich im Kern. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ohne zu sterben glaube ich. Ach doch 2 Tone. Aber ich habe 2 Verbesserungen. Schauen wir uns das ganze mal an. Auf jeden Fall. Das war eine gute Investition finde ich. Goldene Kugel kostet jetzt schon 500. Okay. So, da ich mich immer weiter dem Dingens nähere. Wie heißt's? Äh. Im Finale. Noch. Äh. Mission 17, 18, 19 und 20. Dann. Ja. Dann habe ich es durch. Okay. Ich mache direkt weiter. So, wir sind im Kern seines Ichs. Seines Turms. Die Kamer von Nullus ist über dem Kern. Dort wirst du dich wieder mit Virgil treffen. Pass auf dich auf. Die Seelen der Verdammten sind durch. Lass dich nicht von ihrem Strom ergreifen. Viel Glück, Dante. Was? Jetzt. Du bist auf dich alleine gestellt. Rechts, links, rechts, links. Ui. Du musst es aber abpassen hier mit dem Feuer. Fuck. Ich weiß gar nicht wohl in welcher Richtung ich muss. Ich hoffe mal ist es diese hier. Da hinten leuchtet irgendwas grün. Ich glaube das ist ein Shop. Hier werden Seelen hochgeschleudert mit dem Feuer. Da kann ich lang. Hier ist ein Sternchen. Ach so ein Lebenssternchen. Wieso leuchtet der blau? Das ist wieder verdächtig. Warte ich mal. Bis zur nächsten Feuersequenz. So. Ach. Nicht die ey. Ketten sägenden Dinger sind echt nervig. Wie ist das? 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 Dann gehts das. No. Ei. Warte! Wie ist das. Niveau. So, einen hab ich mir vom Hals geschafft. Alter. 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 Hä? Ich muss erst die Kleinen hier erledigen. Die Nerven sind sonst zu stark. Ja komm, schieß mal. Was? Ich hab doch zurückge... Ich vermassle die ganze Zeit. Ich bin... So schlecht, ey. Nein. Dann sterb ich lieber. Oh, ey. Fick dich. Wieder so schlecht lauern, ne? Ich hab's doch zurückge... Tone. Ja. Ja. Oh, oh. Ich muss es mit den Senden zu bekommen. Ja. 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 Ich bin hier. Ja. Ich bin hier. Ich bin hier. Jetzt... Ja. Ja. das ist aber näher FACE wo sind die? da ich muss erstmal das kleinvieh zerstören endlich, die ist tot nein, sie nicht jo das hätte nicht passieren dürfen so, muss ich jetzt den Typen mit nein, ich muss beide nicht mehr nicht mehr Okay. Oh oh. Ben. Die geben mir überraschend viel Schaden hier. Gibt's hier noch was? Hier gibt's noch was. Hier gibt's noch was. Weil sie ihm das Shake gibt. Moment dafür muss ich's zurückschleudern glaube ich. Ja. Endlich. 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 komme ich glaube ich deshalb gehe ich mal hier lang hier leuchtet irgendwas grün so leuchtet alles grün da kann ich dran oder nicht oder komme ich von da von hier komme ich das heißt ich muss durchs tor wo muss ich denn hin ich bin ich denn jetzt immer schön den toren folgen oder was immer fester mit der faust ok ok also ich muss erst das dann das jetzt das dann das dann das easy peasy up to nix fight sie vielleicht lebens dinge nur das ok so wo muss ich denn als nächstes hin immer zu den toren hinterher glaube ich jetzt mal so boom So. Die Brücke hier hinterher. Ach so. Das hier. Ja. Jetzt müsste unten das auch frei sein. Ui, das war knapp. Mal gucken, was ich hier auseinanderreiße. Sieht mir sehr nach einer Arena aus. Jo. Mit einer Hexe. Nee. Fuck, ey. Mit einer mit. Von so einer Hexe. Ah. Na gut. Schon hat der mir den Balken abgezogen. Wo ist denn noch derm? Ja. 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 Was ist denn hier? Oh. Oh. Ops. Oh. Nee, wie klappte das nicht? Nee. Oh, es ist ein Moppelchen. Oh. 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 Oh man ey Stop behindert Wenn mich einer von beiden jetzt packt, bin ich down Jo, ja nicht ganz Jo, er tot Nein, ich werd das jetzt nochmal fighten Da bin ich hartnäckig In mehr Hinsicht Oh 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 What the fuck? Endlich. So, jetzt kriegst du... Jetzt hab ich ein Problem gelöst und hab das nächste direkt. So. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, da benutze ich den Schädel, aber kein Bock auf so eine Scheiße. Oh, da benutze ich den Schädel. 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 Oh, da benutze ich den Schädel.